ich bin jetzt zurück so habe ich jetzt überhaupt tier 3 ist aber okay aber queens darf ich bauen oder ich will aber welche haben darf ich queens bauen frage an chat ja okay das war ja das ok vielen dank für den hauskorbosch was machst denn du hier kenrush falcon ist nicht das ist ja also bitte das ist ja nicht die strategie das bringt uns zurzeit super Ich habe es schon mal. Ich habe es schon mal. Ich mach das einfach so mit dem Gateway vorne bei ihm, da kann ich mich direkt in den Cybernetic-Kern halt bauen. Und sie haben halt Angst und spielen was, äh, vom Bett fährt er. Finde ich blöd, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, scheiß, der kommt jetzt zu mir, du der... Ich musste irgendwas passieren. Wie viele sind es? Sechs und sechs. Vier. Ich bin schon wieder Supply-Plugged ohne Ende. Aber meine Queen kommt. Okay. Moment mal, du, hier brauch ich einen Creep-Tumor. Sag mir an der, an der, an der, wenn sie reinkommen. Schlechte Neuigkeiten, schlechte Neuigkeiten. Fass, ich hab nen Reaper bei mir. Ja, die... ...rushen jetzt einfach. Vielleicht, vielleicht rennt er in die Canyon rein. Ah, nein... Ja, was weiß ich nicht. Wir brauchen mehr Minerals. Ah nö! Hallöchen, ich habe hier oben auch noch eine Base. Sehr, sehr viele Dinge. Ich habe keinen Gas. Ah, ich glaube wir brauchen mehr Statif. Jetzt kommt er auch mit den Marines rüber. Wir brauchen mehr Minerals. Wir brauchen mehr Minerals. Oh nein! Schlecht hat man Schleschus? Nee. Oh mein Herr. Wollt schlecht. Es gibt so viele Dinge, wenn die zu mir kommen. Nein. Baut doch hier. Nein! Oh nein! Oh nein! Dieses Gateweb, guck mal hier. Hier steht ein Marine. Oh. Okay, ich mache jetzt einen Carry, ja? Ja. Oh, schön. Gut zu wissen. Oh. 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 Okay. Oh. 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 Oh, let's say it. Oh. Oh. mir gestorben ist ich hoffe das ist jetzt nicht allzu schlimm muss ich jetzt eine ich will das nicht real das ist egal machen wir aber noch ein start nach links dann können wir das hier ruhig verlieren okay hat es gesehen dann geht drauf oder muss ich die queen jetzt killen ich meine ich bau die basis ja wieder gas kostet die scheiße ja aber auch nicht alle du hast doch keine andere passen nee oder sind die linge mach ich wenn er member ist die das sind viele ich komme dauert halt habe ich einen recoil ja ja alles klar moment nein jetzt hätte ich fast noch mal eine zusätzliche queen gebaut das war natürlich nicht der plan okay wo sind meine queens ach so ne ich habe sogar eine habe ich ja verloren dann passt ja glaube ich ich finde sie jedenfalls nicht auf den ersten blick die sind aber auch schlecht also kann ich erzählen dass er jetzt hier gerade gegen zwei carrier die base verliert wenn er schon seit jahrtausend wusste dass wir carrier haben Leute gewinnen deine carrier sind einfach zu stark aber du darfst nicht die killen bevor ich Ulisse ab was los was los Ja Basen haben die ohne Ende, aber es bringt halt nichts, die haben überhaupt nichts an. Bei mir sitzt demnächst mal der Hive fertig, 15 Sekunden. Stark. Gell, ich bin schon fast eigentlich auf Ullis. Hier habe ich jetzt keine hingehört. Ah, da kommt ein Liberator. Wo? Bei mir. Boah, ist das Korrupt da? Der kommt zu dir jetzt. Ne, er fährt einfach einmal außenrum. Habe ich das jetzt gebaut? Wo ist der denn jetzt hin? Der ist tot, der Liberator. Ich habe ihn gekillt. Achso. Mit meinen 4,5 Queens. Strong. Ich bin bei 7 Beam. Okay, ich muss jetzt aber weg. Weil er ist ein Korrupt dann. Ich habe meinen Recaller nämlich vertan. Fuck, das kann sein, dass ich zwei Terrier verletzen. Ja gut, ich habe jetzt gleich, meine Uli-Hüte ist gleich fertig. Jetzt ist sie fertig. Ich brauche Gas. Ja, Ullis. Ja, was soll ich machen? Die Korruptor sind keine T3-Units. Dann kann ich... Ja, was, was. Wenn, dann kann ich nur... Also ich meine, gegen den Zerg kann ich doch gut fighten, wenn er nur Korruptor hat. Du? Ja, der ist gut. 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 Also ich lasse sie jetzt so weit kommen, weil... Ich brauche hier vorne. Ich brauche hier vorne. Das ist viel. Aber das sind ja nur Ullis. Ja. Also ich muss nicht alles alleine lassen, weil... Wer passt? Ich stehe jetzt hier extra über meiner Face drüber. Ja. Wo habe ich jetzt die Queen hin? Wo ist die hin? Ist die tot? Nee, hier. Ich brauche nur noch mal ein bisschen Tree Spread hier. Der hat keine neue, neue Dritte. Ja, Vorsicht Liberator. Ja, hab's gesehen, danke. Weine Kings. So mal die Mitte einzunehmen, ja. Ja, ich probier's grad. Oha, die Hard-Countern. Weil der macht gar nicht so viele Crop da. Guck mal, der hat... Ja, ist mir Wurst. Der hat 0-0 auf seine... Auf seine Ground-Army. Ich hab... Na gut, dann drück mal. Ja, ja genau. Ich denke, es ist okay, wenn du einfach alter pierst. Die werden dich dann ja counter müssen. Ich mach' jetzt mal langsam. Aber Mothership ist halt auch so schnell down, ne? Kriegt gar nichts. Mothership kann ich vergessen. Hab' ich langsam mal wieder einen Recoil? Ja, ich will mich nicht auswagen. Mach' du mal den Job. Oder? Ja, nee. Versuch' einfach irgendwie zu trainen. Der hat 0-0 auf seinen Marines, Mann. Tschff. Ach, tschfff. Hrach. Auf jeden Fall. Vorsicht hier. Du bist hier in der Main. Hier sind wir stuck... Ich bin stuck. Ok, einer ist stucked. Jetzt hast du's. Hier ist Kleen. Die ganzen SCVs! Ja, ich nehm die einfach raus. Ja, passt. Der ist trotzdem gestorben, aber ich nehm die einfach raus. Er hat jetzt auch Mutas. Okay, das ist natürlich interessant, aber dumm. Okay, dann... Ich weiß nicht, was für Upgrades die Mutas haben. 1-1, die brauchen glaube ich 3 Jahrhunderte bis sie meinen... Versuch das CC rauszunehmen. Ja, ich glaube nicht, dass es was wird, aber... Oder hier die Base. Ah, besser wäre, wenn du den Layer rausnimmst. Den Ullis, die hier lang laufen. Der schickt dann auch immer wieder SCVs rein, um sie dann in den Tod zu schicken. Hier, versuch den Scheiß von Wen zu killen. Was ich mal machen könnte, wäre Burrow Upgrade und hier... Versuch den... Versuch den Layer zu kriegen. Ah ne, geht nicht, geht nicht, geht nicht. Den Spy, den Spy, oder? Ah ne, ich glaube, du musst jetzt zurückziehen. Ich komme jetzt über deine Static Defense. Ja, ich baue da noch mehr. Ich öffne dir mal die Rocks hier. Der Static hat jetzt 1-1 drauf. Ja. Ja. Ja, warte mal, ich habe hier Com-Static Defense. Ich weiß nicht, ob ich das fighten kann. Ich hole einfach die Marines da. Obwohl... Ne, hol du die. Ich mache die Marines, ja. Ich bin währenddessen wieder in der Main. Ja, easy. It's clap. Ah, kinder. Das war's für heute.